Nein, 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 diese Palme muss zur Wüstenebene 6 getragen werden. Leute, Leute, wir haben nur noch 24 Stunden bis zur großen Eröffnung des Einkaufszentrums. Alles muss bis ins kleinste Detail stimmen. Mach Platz da aus dem Weg! Was tun Sie denn da? Was uns gesagt wurde. Ich bin sehr sicher, dass Ihnen niemand erlaubt hat, Ihren Posten zu verlassen. Keinem von Ihnen! Es tut mir leid, Fräulein, Frau, Madam. Sie müssen uns morgen wieder beehren. Oh, was für ein aufgeregter kleiner Mann. Ja, ich bin aufgeregt. So aufgeregt, dass ich es auf keinen Fall verbergen kann. Sag mir die Wahrheit. Findest du mich wirklich so attraktiv? Großartig. Hinreißen. Wunderschön. Und ihr würdet alles tun, um mir zu gefahren. Das war alles, alles, alles Jahrgebiete. Ich frage euch, was will mein Meer verlangen? Ja, ich frage euch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier, probiert die mal an, lauf damit rum, ich möchte ganz sicher sein, dass sie passen Kein schlechter Plan Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wasser! Feuer! Erde! Sind ihr Fans? Rüchterinnen, greift ab! Rüchterinnen, greift ab! Quintessenz! Nein, du musst meine eigenen Kräfte nicht gegen mich verwenden! Los, Kehrtwendung! Los, Kehrtwendung! Ich habe gesagt Kehrtwendung! Das funktioniert so nicht, Element gegen Element. Sie haben das Doppelte unserer Kräfte. Heilin, los, du musst zurückschlagen! Ich kann nicht gegen meine eigene Großmutter kämpfen. Dann tausche! Komm schon, tausch mit mir! Ich übernehme Jan-Linn und du nimmst... Was erzähle ich denn da? Oh, warum eigentlich nicht? Gewähre doch Heilin und mir diesen letzten Tanz. Denn schließlich kann sie einen neuen Partner gut gebrauchen. Von ihrem Alten ist nämlich nicht viel mehr übrig. Als ein Sonnenfleck. Oh nein, Großmutter, mein Freund ist leider ein verkohltes Friketz! So, das reicht jetzt. Ja, genau, das reicht. Ihr verliert und ich gewinne. Nein, ich meine, so überwindet man das Trauma. Nicht, weil man weiß, dass alles wieder gut wird, sondern weil man gar keine andere Wahl hat. Was erzählst du da? Nein, ich kann und werde es nicht zulassen, jetzt zusammenzubrechen. Erst recht nicht, wenn unschuldiges Leben auf dem Spiel steht. Kümmere dich um ihn, okay? Alles klar. Hey, schön dich wieder zu haben. Ja, finde ich auch. Das ist die Lösung. Wächterin, tauscht eure Partner, jetzt! Nee, 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 nee! Ah! Will, du bist echt ein Genie. Wir Rissers Sklavenen sind ganz schön stark im Nahkampf. Aber schwach im eigenen Willen. Ohne ständige Anweisungen können sie nicht mithalten. Aber ich kann es. Ich warne dich, Martha, dir nicht an meine Macht zu festen. Oh, aber ich darf es mir doch anmaßen. Hilf mir doch, du Narren. Wie, Gebieterin. Katma, komm her und entferne diese Zweige. Katma hat gerade noch etwas Besseres zu tun. Hey, gib ihnen doch einfach ihren freien Willen zurück. Aber dann würde Großmutter nicht deine dreckige Arbeit erledigen. Weder Jan, nenn noch irgendeine andere. Eine ausweglose Situation, was? Siegende Kämpferinnen oder besiegte Sklavinnen. Du musst dich entscheiden. Ich kann auch zugeben, wenn ich mich verschätzt habe. Ich gratuliere, Witch. Diese Runde geht an euch. Aber der Krieg ist noch lange nicht vorbei. Hey, wir haben was geschworen. Kein Wegrennen. Du hast diesen Schwur geleistet, nicht ich. Mann, sie ist so eine Betrügerin. Hey, was hast du denn erwartet von der Anständigkeit in Person? Geht's dir wieder gut? Ja, aber du wirst doch nicht wieder schizophren werden, oder? Irma? Ich meine ja nur. Es geht mir gut. Ich bin zwar traurig oder was auch immer. Ich meine mehr als traurig. Aber das, das sind nun mal wir. Das zeichnet uns alle aus. Wir sind Wächterinnen. Durch und durch. Was kannst du laut sagen? Wir stellen uns jedem Trauma, das kommt. Ob es so lächerlich ist wie eine neue Zahnspange oder so etwas Schreckliches wie... wie seine Großmutter an die dunkle Seite zu verlieren. Hauptsache, wir stellen uns dem gemeinsam. Hey, meine Damen. Ich unterbreche nur ungern, aber... Was ist denn los? Wo bin ich hier? Und wieso bin ich denn so braun geworden? Kannst du dich dir in ein gar nichts erinnern? Ich weiß nicht mal, welcher Tag heute ist. Und... Was zum Teufel ist denn hier passiert? Gab es ein Erdbeam oder sowas? Sowas ähnliches. Oh, und wird... Wird denn alles wieder gut werden? Alles wird wieder gut. Ich weiß es. Hey du! Seit wann hast du eine Zahnspange? Ich weiß, die ist irgendwie ganz schön hässlich. Wie könnte irgendetwas hässlich an dir aussehen? Außerdem, es ist ja nur vorübergehend. Und die Spange glänzt so schön. Ja! touch Vielen Dank.